In jedem zweiten Auto auf der Welt, in Hunderten von Tunneln auf allen Kontinenten und in Millionen von Spritzen und Arzneifläschchen stecken Dichtungslösungen von Detwiler. Als Distributor liefert Detwiler auch über 500.000 elektronische Komponenten in 24 Stunden in alle Länder Europas. Unsere Produkte sind meist nur kleine Teile. Kleine Teile mit einem wichtigen Beitrag an das Ganze. Auch als Unternehmen leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Erfolg unserer Kunden. Als Lieferant von Komponenten oder als Entwicklungspartner. Und unser weltweites Wachstum gibt uns Recht. Die Detwiler Gruppe. Das ist der Bereich Technical Components. Mit führenden europäischen Distributionsunternehmen und starker Präsenz in ganz Europa. Das ist der Bereich Searing Solutions. Mit kundenspezifischen Dichtungslösungen dank seinem enormen Werkstoff-, Engineering- und Prozess-Know-how. Das sind über 7.000 Mitarbeitende, die mit über einer Million Kunden aus über 100 Ländern über eine Milliarde Euro jährlichen Umsatz machen. Eine starke Gruppe auf dem Weg zu globalem Wachstum. Die Suche nach unseren gemeinsamen Wurzeln führt uns ins Zentrum der Schweizer Alpen. Nach Altdorf im Kanton Uri. Hier hat im Jahr 1915 die Detwiler Geschichte begonnen. Der junge Adolf Detwiler tritt seine Stelle als Geschäftsführer der schweizerischen Draht- und Gummiverke an, die am Rande des Konkurses stehen. Er saniert das Unternehmen von Grund auf. Zwei Jahre später kauft er die Firma und macht so den Schritt vom talentierten Manager zum mutigen Unternehmer. Mit dem Siegeszug des Autos kommt die Nachfrage nach Gummireifen. Adolf Detwiler erkennt die Bedürfnisse seiner Zeit und eröffnet eine Reifenfabrik. Kurz darauf bricht Krieg aus und Autofahren ist praktisch verboten. Wieder sieht Detwiler in der Herausforderung eine Chance und beginnt mit der Produktion von Fahrradreifen. Egal unter welchen Umständen, es gelingt ihm immer, Wert für seine Kunden zu schaffen. Dabei lernt er schnell. Er erkennt, dass langfristiger Erfolg nur mit den besten Produkten zu erreichen ist. Schon früh stellt er wissenschaftlich geschulte Mitarbeiter ein und nimmt die damals größte Gummimischanlage der Schweiz in Betrieb. So sammelt Detwiler führendes Werkstoff-Know-how an und erreicht laufend neue Höchstleistungen. Doch er verliebt nie den Blick für die Menschen. Er gründet eine Betriebskrankenkasse, errichtet Personalwohnungen und baut eine Werkskantine. Mehr als 30 Jahre vor der gesetzlichen Pflicht gründet er eine betriebliche Altersvorsorge für seine Mitarbeitenden. Seit seines Lebens pflegt Adolf Detwiler einen respektvollen Umgang. Bereits unter Adolf Detwiler beginnen die schweizerischen Draht- und Gummiverke zu wachsen. Auch durch Beteiligung und Zukauf von Firmen. Dabei ist ihm immer wichtig, nur solche Unternehmen zu übernehmen, die seine Werthaltung teilen. Eine Tradition, die auch seine Söhne Peter und Max fortsetzen und nach ihnen das Management der Firma Detwiler. Bis in die Gegenwart hinein. Und genau darin liegt die Kraft, die uns diese Erfolgsgeschichte ermöglicht hat. Die Werte unseres Gründers haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind. Wir sind Unternehmer. Wir führen, anstatt zu verwalten. Wir messen uns gerne und wollen gewinnen. Jeder von uns trägt bei zum Erfolg des Unternehmens. Bewiesen haben wir das zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit Nespresso. Unsere unternehmerisch handelnden Mitarbeiter haben erfolgreich eine neuartige Lösung entwickelt. So übernehmen wir alle Verantwortung für unseren gemeinsamen Erfolg. Wir schaffen Wert für unsere Kunden. Kunden haben immer Vorrang. Unsere Kunden sollen unsere Innovation antreiben. Und wir wollen ihre Erwartungen übertreffen. Darauf verlassen sich unsere Kunden in Industrieunternehmen. Sie erwarten von uns die richtige Komponente und die sofort. Und als Distributor erfüllen wir diese Erwartung täglich mehr als 10.000 Mal in ganz Europa. Wir streben nach Höchstleistungen. Wir verbessern unsere Prozesse, Produkte und Dienstleistungen laufend. Wir halten unsere Versprechen ein. Wir nutzen natürliche Ressourcen nachhaltig und verantwortungsvoll. Für die hochwertigen Verschlusskomponenten für die Pharmaindustrie bieten wir auch den Reinigungsprozess im Rheinraum an. Damit übertreffen wir die höchsten Qualitätsstandards und erhöhen den Nutzen der globalen Pharmakunden. Wir pflegen einen respektvollen Umgang. Wir haben eine hohe Integrität. Wir wollen die besten Talente anziehen und unsere Mitarbeitenden entwickeln. Wir wollen uns weiterentwickeln und sind offen für konstruktive Kritik. Dieser Respekt voreinander spiegelt sich nicht nur in unserer Unternehmenskultur. Detwiler verfügt über einen Verhaltenskodex und ist überdies Mitglied im UN Global Compact. Damit haben wir uns freiwillig verpflichtet, uns für Menschenrechte, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung einzusetzen. Diese Werte haben uns 100 Jahre hindurch begleitet und gestärkt. Mit ihnen wollen wir weiter wachsen. Denn es gibt kein Wachstum ohne starke Wurzeln. Sie stellen sicher, dass uns unsere Kunden auf der ganzen Welt als zuverlässige und innovative Partner erleben. Heute und auch in Zukunft. Detwiler Die Wachstum ohne starke Wurzeln. Die Wachstum ohne starke Wurzeln. Die Wachstum ohne starke Wurzeln. Vielen Dank.